Ich bin übrigens noch am überlegen, wie ich das machen soll, ob ich die Folgen in Full HD hochladen soll oder nur in HD, also 720p. Ich glaube, ich werde mich für 720p entscheiden. Warum? Ganz einfach, weil bereits die Auflösung hier nur in 480p ist von der Wii, was ein bisschen nervig ist. Also von der neuen Wii U. Halt, 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 halt. Mann! Ja, effektiv. Von der neuen Wii U ist die Auflösung 1080p, also Full HD. Ja, da würde es sich natürlich lohnen, die Folgen in Full HD hochzuladen, aber so hat es, ehrlich gesagt, wenig Sinn. Da die Qualität eh schon schlechter ist, sogar schlechter als HD. Obwohl man bei der Wii das Komponentenkabel einstellen kann und dann auf HD klicken kann. Trotzdem sind es immer noch 480p. Stopp doch! Wo? Komm, steht ein Gerät da wieder. So, rüber. Irgendwann kommt man mal hier rein. Wo? Ja, ich glaube, da oben kommt man rein. Rum, rum, rum. Nicht? Obwohl, Moment, ich probiere es mal andersrum. Los, gib Gas! Rum, 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 rum. Nein. Schade. So. Ein Fliegegerät. Soll ich mir das Fliegegerät holen? Ja. Bumm. Ja, war schlau, das Fliegegerät zu holen. Mann! Ich hab doch geschüttelt, was soll denn das? Da fühlt man sich manchmal so ein bisschen verarscht von, von dem Spiel. Oder vielleicht auch von der Konsole selber. Ob die irgendwas gegen mich hat. So, das bringt eh nichts, da kommen nur komische Münzen raus. Uah. Ah, Mann! Mann! Ja, das darf doch nicht wahr sein. Blöde Kacke hier. Wow. Oh, yeah. Mann! Wir werden diese Folge Pleiten, Pech und Pannen nennen. Ich sitze hier gerade auf meinem Bett, weil die blöde Katze auf meinem Schreibtischstuhl liegt und pennt. Ne Katze! Vielleicht liegt es auch daran, dass ich heute nicht so richtig spielen kann. Mann! Hätte ich mit rechnen müssen. Ich will ja einfach nur schnell durch, durch dieses Level. Oh, nein! Nein! Oh, nein! Dummy normales! Oh, nein! dieses Level jetzt schaffen. Nehmen wir schon 17 Minuten auf. Das heißt, es wird schon in eine neue Folge kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh. Mann, schon wieder der gleiche Fehler. Oh, dieses grüne Gerät nervt. Halt. Haha. So, die Münze, auf die kann ich scheißen. So, hier kann man aber rein. Yep. So, haha, Tür. What? Sagt die Tür? Wow. Wie soll ich denn da dran kommen? Ah. Wow. Gut. Die Münze hätten wir. Und nochmal ein paar Münzen. Hier. Wow. Alter, 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 Alter. Gut, ich bin gerade hochkonzentriert, das könnt ihr mir glauben. Okay, das war doof. Wow. Boah. Wow. Ja, ich werde groß. Und ich habe die Fahne. Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Aber wir haben die Fahne. Wir haben die Fahne, das ist gut. Das ist verdammt gut. Ja, diese Folge wird Pleiten, Pech und Pannen heißen. Ich bin mir sicher. Wir braten mal ein bisschen unsere tollen Items hier. Oder wie der liebe Herr Dubster sagen würde, Items. Aber ich muss zugeben, ich habe früher auch oft Items gesagt. Aber es liegt daran, dass ich mit meinen Cousins immer gespielt habe. Und, also ich nur klein war. Also auch so Nintendo 64 und so, das waren noch Zeiten. Und, äh, die haben auch immer Items gesagt. Und deswegen habe ich das dann übernommen. Und, tja, kann ich nichts für. Boah, das grüne Zeug ist nervt. Verdammt nochmal. Dauerbeschuss hier, Leute. Ist da los? Oh. Boah. Ich bin ja schon wieder fast reingesprungen. Kommt man da unten irgendwo hin? Ja, da kommt man hin. So. Naja, ob das so effektiv ist, weiß ich jetzt nicht. Aber für den Endgegner wird es wohl reichen. Ich muss hier eh nur dreimal auf den Draufjumpen. Kennt man ja. Achso. Hallo, lauf. Danke. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oho, ein Kettenhund. Ein Kettenhund. Oh oh. Da habe ich aber Angst. Nord. Oh, jetzt habe ich Angst. Oh oh. Alles klar. Ja, ich sollte vielleicht mal hier was machen. Oh oh. Andere Richtung. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Nein. Blöder Köter. Das gibt es doch nicht. Fuuuuh. Fuuuuh. Mal einen Versuch. Wir haben ja noch 31 Leben, ich meine. Kommen wir euch alle verbraten. Oh oh. Es ist gleich 16 Uhr. Oh, da war knapp. Gleich ist 16 Uhr und dann ist das neue Jahr nur noch. Äh, keine Ahnung, wie viele Stunden sind das da noch. 16. 8, ne? 8 Stunden noch. Boah krass, nur 8 Stunden. Dieses Jahr. Mann. Ja, jetzt habe ich noch nicht mal. Ja, ist klar. Buch. Hui. Hui. Na. Also, warum muss ich denn wohl jetzt da rein? Auch wenn ich nur groß bin. Das heißt, ich kann nur einmal verletzt werden und dann bin ich tot. Tot. Hui. Ha. Hey. Komm, soll ich das halt los machen? So, der wird jetzt fertig gemacht. Und zwar sofort. Ich laufe direkt los und springe auf den drauf. Ich werde es machen. Ich werde es tun. Kann ich mir glauben. Los, lauf. Ey, sag mal, warum kann ich den denn da nicht verletzen? Oh, wenn ich das jetzt schaffe, dann bin ich wirklich stolz auf mich. Oh, oh. Bring doch da rauf. Mann. Oh. 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 Nein. Nein. Das ist doch zum verrückt werden. Das ist doch... Ja, Katze, kannst du ruhig weiter schlafen. Ist nichts los. Mann. Da trifft er mich mit seiner grünen Scheiße da, ey. Das darf doch nie wahr sein. Das darf doch nie wahr sein, hier. Das ist der Vorteil, wenn wir uns zu zweit spielen, ne? Dann kann der andere währenddessen irgendwo chillen. Und man hat sozusagen noch einen Joker. Also zieht den Philipp dann mehr als, äh... Rettungsweste. So, jetzt eskaliert er aber auch hier. Oh, oh. Boah. Das darf doch nie wahr sein. Das darf doch nie wahr sein. Mann. Oh, es war so klar. Es war so klar. Ich meine... Man lernt ja auch aus seinen Fehlern überhaupt nicht. Es geht doch da rauf. Nächstes Mal werde ich ein bisschen langsamer das Ganze angehen. Und vorsichtiger rein. Juhu. Salto. Yeah. Boing. Irgendwann zöpfe ich da nicht drauf. Das macht er von alleine. Hä? Ich bin doch auf den Arsch draufgesprungen. Oh, Mann. Ich glaube, ich werde offscreen irgendwann nochmal... ...mir ein paar Leben ercheaten. Beziehungsweise... Ja, hier, du. Superassistent aktivieren. Dann rufe Luigi, der dir jetzt zeigt, wie man den Level beenden kann. So, was wir mal machen? Nee. Brauchen wir nicht. Komm auch so. Habe auch zu klingeln, Luigi. Das nervt. Juhu. So, Pilz, 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 Pilz. So, nee, da habe ich jetzt nicht verlieren, gleich, wenn ich da unten hinspringe, zu dem... Fliegekappen, der... ...fliegekappen, gerät, das Ding da... ...so, jetzt kommt es rauf. So. Gut, das hätten wir... ...halt. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt... Boah, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Dann sitze ich hier... ...an Silvester. Also... ...dann ist da 0 Uhr. Ich sitze hier immer noch und versuche dieses blöde Level. Nein. So verrückt bin ich nicht. Voll der Nerd, ey. Aber wenigstens kann ich jetzt zweimal verletzt werden. Und ich muss ein bisschen warten, weil anscheinend kann ich nicht sofort öffnen draufhüpfen, was ein bisschen abfuckt. Wahrscheinlich muss ich das erste Mal dieses komische Ding abfeuern da. Jetzt Feuer ab! Gut. Okay, einmal hätten wir schon. Einmal hätten wir schon. Stürb! Boah! Okay. Okay. Jetzt aber. Nein! Nein! Das ist doch... Mann! Ich kann mich echt aufregen. Mach ich aber nicht. Ich bleib ganz ruhig. Und entspannt. Ich will dieses komische Level jetzt schaffen hier, Mann! Katze guckt mich auch schon ein bisschen verdutzt an. Hör auf zu klingeln, du Affe! Ich schaff das auch ohne dich. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das dann nachher cutten soll. Was guckt sich doch kein Mensch an. Ich glaube, ich mache dann einfach eine extra Folge, die ich dann pleiten, Pechen... Pechen, ja, Pechen ist klar. Weißt du was, Luigi? Hör auf zu klingeln, zeig mir, wie es geht. Super Assistent aktiviert. So. Ja, so bin ich auch vorgegangen. Ach, weißt du, das nervt. Mit dem Spiel fortfahren? Ja. Hä? Achso, ah, cool, jetzt bin ich Luigi. Ach, das ist ja cool. Aber was ich gerade nicht so ganz verstehe, warum spielt er das Ganze jetzt wieder von Anfang an? Ich hatte doch die Fahne... Egal, ich habe einfach ein Run-Through. Boah, wenn das nicht mal knapp war. Okay. Alles klar. Ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach schlecht. Schlecht, 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 schlecht. So, jetzt... Geh da rein. Mann, nee. Ich könnte echt austicken manchmal doch. Aber ich beherrsche mich. Alles ist gut. Hätte ich jetzt eine Kamera hier stehen, Wird ihr sehen, wie sehr ich mich gerade aufrege. Ich sitze hier entspannt auf meinem Bettchen. Egal, scheiß auf die Kack-Münze, ey. Das braucht doch kein Mensch. Das Ding abwarten. Okay. Okay. So. Die Voraussetzungen sind gut. Jetzt zu gewinnen. Lass es mich probieren. Ja, ich werde diese Folge als eine Folge hochladen und werde sie Pleiten, Pech und Pannen nennen. Und wer dann einfach keinen Bock hat, sich das anzugucken, überspringt das Ganze dann einfach. Und, äh... Und, äh... Ja. Wau, wau, wau. Boah, das Viech fuckt ab. So, jetzt schießt das komische Ding ab. Wow. Ich bin noch drauf gesprungen. Du blödes Vieh. Jetzt geht doch da rauf. Jetzt bleibt es daran hängen, dass ich hier nicht mehr raufkomme oder was? Mann. Liebe Freunde, das war echt... Boah. Und ich hab's geschafft. Ich bin immer noch von mir begeistert, dass ich sowas geschafft habe. Blah, 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 blah. Oh, spring doch einfach runter, Peach. Du bist doch doof wie Brot. Warum lässt du dich auch immer entführen, ey?